Di, que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Ciao ragazzi und bonjourno auf meinem Kanal. Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Zisch Vincenz und heute geht es um dieses Hawaii-Hemd, welches in ganz vielen verschiedenen Farben gibt. Es gibt es in Grün, in Blau, in Rot, in Gelb, in Schwarz, in Weiß. Also ihr könnt euch das wirklich in ganz vielen verschiedenen Farben aussuchen und auch in Größen, von der Größe M bis zur Größe 3XL. Ja, das ganze Material ist aus Polyester, ist kurzärmlich, fällt sehr locker und leger, wenn du es auf der Haut trägst. Ist natürlich ein klassisches Hawaii-Hemd für den Strand, perfekt geeignet. Und vor allem, es ist durch das Polyester-Material leicht kühlend und für die heißen Tage, für die Sommertage, wie gemacht. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib sie in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Arrivederci, dein Zisch Vincenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe und bestimmt auch interessant für dich ist. Ciao und bis gleich im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020